hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovich let's place und heute spielen weiter an charter 2 und wir sind hier stehen geblieben diese video und da gibt es noch mehr und ob für die tagebücher von marco polo musste lasarewitsch ganz schön was hinblättern er sucht den chintamani stein seit jahren wenn er auf flin setzt ist es kein wunder dass er noch nicht gefunden hat mit lasarewitsch papieren kann ich den stein finden jetzt mach mal halb lang das ist nicht so einfach die papiere sind in seinem zelt und das zelt steht mitten im lager das ist wie das verdammte pentagon da sind soldaten überall tja deshalb muss das auch jemand machen den sie kennen und jemand dem sie vertrauen okay langsam fällt der muss sie nur ablenken verschaffen wir fünf minuten im zelt mehr brauche ich nicht echt nur fünf minuten ist ja toll dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen ich dachte da mehr an eine explosion chloe auch gut das lässt sich arrangieren machst du mit teufel ja was für eine frage alles klar dann gehen wir mal los an machen wir bordeaux sooo und wir sind jetzt in die kapitel 3 angekommen der heißt borneo mal gucken was uns hier erwartet ich weiß gar nichts wohin ich gucke ein bisschen hier rum ok die hätten wir nicht den knopf drücken denn hier alles klar dann gehen wir mal weiter damit habe ich kein problem zum glück habe ich eine pistole dabei können wir die alle erschießen die lazarewitsch leute es klingt irgendwie wie russisch lazarewitsch so ich glaube wir müssen nach unten ich gucke mal ein bisschen hier rum nichts gefunden jawohl ein effekt die stehen gegenüber von sie jawohl der hat immer schossen ist das nicht unglaublich so ein bisschen munition sammeln wie in der letzte teil die ganze zeit immer munition sammeln wo steckt er zack headshot nächster headshot und schon ein maschinengewehr und schon ein maschinengewehr der ist tot jawohl headshot perfekt direkt umgefallen wir können uns darüber schwingen ja du vielleicht genau opa soll ich kann nicht darüber schwingen das bisschen zu alt dafür aber das liegt da oh der alte gute acker sehr schön jetzt können wir mit acker weiter kämpfen in dem letzten teil habe ich die ganze zeit nur mit acker geschossen so wo muss ich hin ja da oh knapp was für ein waff hatte gar keiner ok was liegt hier nichts ok können wir weiter gehen vorsicht über den baumstamm munition voll ich glaube hier hier lang oh ein stein komm schon hulk du schaffst das jawohl oh stark man jetzt kannst du alle hochklettern ah falsch ui das war knapp fast runter gerutscht wo lang ist du näherst dich der ausgrabungsstätte 1 1 gibt es noch mehr oder jawohl headshot und eindringen ja das bin ich oh wo ist die nächste zack ja mann ich bin ein schütze hier munition für acker sehr schön gibt es noch mehr gegner ich sehe noch keine so perfekt bisschen munition wieder sammeln und ich glaube wir müssen wieder hochklettern jawohl stimmt's sonst passiert was kann ich nicht ok dann müssen wir wieder runter da ist das lager bist du bereit auf geht's jawohl der erste ist weg hoppla dann komm her ja ja ich habe doch gesagt dass sie russen sind komm schon platte mach ja fand ich so geplant wie ich wollte zack jawohl der eine weg wow und schon eine explosion haben die bombe geschmissen oder was wo ist der andere wo schießt er komm schon stirb da jawohl perfekt wo ist der nächste so ein bisschen munition sammeln das volle programm immer munition sammeln nein nein was ist das warum stirbte nicht komm sali headshot ey das war headshot ey das war headshot komm zeig dich ein bisschen daneben oh yo ich bin sehr guter schütze genauso wie dich komm schon zeig dich oh jetzt getroffen so komm zeig dich äh daneben ja kann ja ist am besten da kann man viel kugeln schießen und prüft man pern immer schröpflinte schröpflinte so jetzt muss man vier stück machen oho und die werden nicht angezeigt wo die liegen naja warum nicht ey suchen macht spaß achja dann suchen wir mal die c4 keine ahnung wo die liegen ah da sehe ich einen komm kletter runter jawohl besser runter springen hier sehe ich einen die blinken immer so schön wir müssen noch drei ladungen scharf machen danke für deine info Sully warum nicht hier ist noch einer jawohl es sind noch zwei übrig haha hey hey ich kann nicht zählen danke jetzt ist mir lieber gesagt wo die liegen ah da ist einer ja stell mir im weg noch ach was ach was ja ich falle warum stehst du mir im weg immer so suchen wir jetzt noch eine hey wir müssen die sprengladungen scharf machen ach was ehrlich ah da vorne ich sehe schon sehr gut perfekt alle vier gefunden sehr gut perfekt alle vier gefunden mit vergnügen die frage ist wohin ich komm nicht dran komm her ich helfe dir hoch alles klar los süßer hoch mit dir komm opa ich tüpse hintern sally danke hier kleiner wo wo yo der hat auf mich runter geschmissen stand direkt drunter ey krasse sache ja keine ahnung was für ein tsunami war das die frage ist wohin wo muss man hin ich kann natürlich hier alles durchsuchen von da sind wir gekommen hier waren wir ja von hier sind wir gekommen da gibt es nichts ja sieht man nix ja dann muss man da lang dann muss man bestimmt ah video das verdammte ding geht ständig kaputt los reparieren wir jetzt damit wir hier raus kommen sie sind nicht bewaffnet so viele sind es nicht worauf halten wir die schaffen wir weiß nicht sally vielleicht ach stehen bleiben ich könnte etwas Hilfe gebrauchen ich habe doch prima geklappt ja ja da kommt noch einer für mich sally ja 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 yo was für ein karate ja ja was meinst du mit frivol soll ich jetzt hochklettern soll ich jetzt hochklettern soll ich jetzt hochklettern soll ich jetzt hochklettern immer stur dem schlauch nach so wie in montreal wo ist der schlauch habe ich was vergessen okay den schlauch immer schön den schlauch folgen so so liebe freunde ich mach mal jetzt hier kurze pause ich wünsche euch noch viel spaß abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal in die folge vier tschüss